Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich war sehr überrascht wie leicht der Fernseher bei der Größe ist. Gekauft habe ich den Fernseher für das Schlafzimmer. Durch seine Größe ist er fast dafür prädestiniert. Er ist sehr flach und auch sehr leicht. Liegt wohl daran, dass nicht viel drin ist. Wer nur einen einfachen TV braucht wird damit zufrieden sein. Es ist auch das ideale Gerät für diejenigen, die es an eine Set-Top-Box angeschlossen. Smart-Funktionen hat er nicht auch keinen Netzwerkanschluss. Aber ein gutes Bild und ordentlichen Ton. Falls der Fernseher in die Wand montiert werden soll, die Montageplatte entspricht Weser 200x200 Standard mit Mäh-Schrauben. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.